Hallo Elfenfreunde! Das war das Lied von Kasimir. Das hat unsere Amelie gesungen. Weil sie das so toll gemacht hat, bekommt sie jetzt einen großen Applaus. Zeig doch mal den Kasimir. Das ist Kasimir, die russische Wanderschutzschildkröte. Und immer, wenn die Amelie, wenn sie Angst hat, in ihre Mutter Monika bläst, dann kommt ein goldenes, buntes Schutzschild um sie herum. Und das können nur die Elfenmädchen sehen. Vielen Dank, dass ihr unser Video wieder angeschaut habt. Schaut euch unbedingt auch unsere anderen Videos an. Einfach hier draufklicken. Da geht es zu unserem Kanal. Da gibt es alle Videos, die wir so gemacht haben in den letzten Monaten oder beinahe schon Jahren. Und das war es wieder für heute. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin nicht vergessen, die Umweltschützen! Genau. Tschüss! Ah, Moment noch. Wenn ihr das Lied auf der Gitarre lernen wollt, dann klickt hier drauf. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Okay. Zeig doch mal den Kasimir. Das ist Kasimir. Die Wanderschütze. Aufstellen! Das geht nicht los! Zeig doch mal den Kasimir. Das ist Kasimir. Die Wanderschütze. Die russische! Zeig doch mal den Kasimir. Das ist Kasimir. Schau mal, das macht man so ab. Pssst! Abwachen! Marco! Sei wachsam, mach's wie Fidel, die du. Denn Elfen können helfen. Hör nur mal ganz gut zu. Die Menschenwelt braucht Hilfe, ganz besonders auch von dir. Die Zukunft liegt in unserer Hand. Mach mit, das schaffen wir. Wenn du die Umwelt schützen willst, dann öffne Auge und Ohr. Man kann so viel tun, doch oft drückt man sich davor. Es ist oft gar nicht viel, man muss sich einfach nur mal trauen. Der kleine Elfer zählt davon.